Udhasinatasana ist eine entspannte Sitzhaltung für zwischendurch. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein, zum Beispiel Lotus oder Muktasana oder Sukhasana. Dann gib einen Ellbogen auf ein Knie oder Oberschenkel und gib den Kopf in die Hand. Gib die andere Hand auf das andere Knie und ruhe dich aus. Das ist Udhasinatasana.